Also es war sehr außergewöhnlich, weil wir ja sowas sehr selten haben, dass wir Zootiere haben. Und es war halt schwierig, weil der Löwe sich halt gewehrt hat. Und aufgrund dessen haben wir da ein bisschen Vorsicht gewalten lassen, dass er doch ausbricht. Also so ein kleiner Löwe bei einem Vergrassenfall habe ich noch nie gehabt. Also so ein kleiner Löwe in meinen 16 Jahren Berufserfahrung habe ich noch nie gehabt. Also ich kläre das jetzt ab, wo der Löwe hin kann. Vermutlich geht er in den Zoo oder in eine Auffangstation für Zootiere. Also bei uns, also jetzt war es die Schwierigkeit, der Löwe hat sich sehr gewehrt und die Box war auch sehr instabil. Und somit war das für uns sehr schwierig, den herauszuholen. Und er hat sehr gute Gegenwehr geleistet.